Warum ich mitmache? Weil ich anderen helfen möchte, sich selbst zu helfen. Dabei ist es mir wichtig, dass ich mir sicher sein kann, dass meine Spende bei diesen Menschen ankommt. Bei Brot für die Welt habe ich ein gutes Gefühl. Und wenn jeder ein wenig gibt, kann Großes bewegt werden. Es gibt viele gute Gründe, Fördermitglied zu werden. Verändern Sie die Welt! ErzTV Kompakt befasst sich am Mittwoch mit Ehrengast in Bad Schlemer, die Erzgebirgsnachrichten, Spinnen in Stolberg, ein Tierbericht und Kartonist in Oelsnitz, die Veranstaltungstipps. Heute ist Mittwoch, der 28. November. Ihre Nachrichten aus dem Erzgebirge hier. Glück auf! Anja Hermenau wird die Referentin beim 32. Comenius-Forum Erzgebirge sein. Inhalt der Veranstaltung am 4. Dezember wird das Thema Herausforderungen für die Demokratie in Deutschland. Anja Hermenau lädt ein, mit ihr gemeinsam über Wege in die Zukunft zu diskutieren. Die ehemalige Politikerin ist heute als Publizistin und Politikberaterin tätig und veröffentlichte im Herbst 2015 die Streitschrift »Die Zukunft wird anders« zur sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung. So stehen im Mittelpunkt des Comeniums-Forum Erzgebirge vor allem die Fragen, ob die zunehmende Polarisierung an der Digitalisierung liegt oder ob der Streit über Alternativen in der Politik verlernt wurde. Anja Hermenau war bis zu ihrem Rückzug aus der Politik zunächst Mitglied des Sächsischen Landtages und bis 2004 Mitglied des Deutschen Bundestages. Zuletzt war sie bis 2014 als Fraktionschefin der Bündnisgrünen Landtagsfraktion tätig. Der Eintritt zur Veranstaltung, die 19 Uhr im GDZ Annerberg beginnt, ist frei. Es hat einen Stammgast getroffen. Im Gesundheitsbad Actinon in Bad Schlemer wurde Brunhilde Salomon am Dienstag als Siebenmillionster Gast begrüßt. Mit ihrem Mann Gerhard besucht die Wehrdauerin seit 20 Jahren regelmäßig die Einrichtung. Als Jubiläumsgast bekam die 73-Jährige diesmal freien Eintritt in die Bade- und Saunalandschaft. Ja, da wünsche ich auf jeden Fall einen wunderbaren Aufenthalt heute. Dankeschön. Und bleiben Sie uns treue Gäste. Wir geben uns alle Mühe. Danke. Danke. Und nochmals vielen Dank. Bitte. Außerdem gab es von der Geschäftsführerin der Kurgesellschaft, Katrin Bösek-Gesparpens, einen Gutschein und eine Wellnessanwendung. Das Gesundheitsbad Actinon wurde am 25. Oktober 1998 eröffnet. Da nach rund 20 Jahren der siebenmillionste Gast empfangen werden konnte, lässt sich errechnen, dass im Schnitt jährlich rund 350.000 Personen die Actinon-Angebote nutzen. Das Schaubergwerk Herkules Frisch Glück darf sich weiter familienfreundliche Freizeiteinrichtung nennen. Das entsprechende Zertifikat bekam Martin Riedl, der Leiter des Schaubergwerks, bei einer Veranstaltung in Chemnitz vom Geschäftsführer der Tourismus-Marketing-Gesellschaft Sachsen, Hans-Jürgen Goller, überreicht. Nach einer umfangreichen Vor-Ort-Überprüfung konnte die Einrichtung 2018 das Zertifikat erfolgreich verteidigen. Das Schaubergwerk Herkules Frisch Glück ist neben dem Natur- und Wildpark und dem König-Albert-Turm die dritte touristische Einrichtung in der Spiegelwaldregion, die sich ihren Gästen familienfreundlich präsentiert. 2018 feiern in Chemnitz die Tage der erzgebirgischen Folklore ihr 40-jähriges Bestehen. Jahr für Jahr verwandelt sich die Stadthalle Chemnitz am ersten Adventswochenende in ein großes Weihnachtsland. Rund 60 erzgebirgische Aussteller präsentieren in den Foyers traditionelles und modernes Kunsthandwerk und lassen sich in zahlreichen Vorführungen über die Schulter schauen. Ein vielseitiges kulturelles Rahmenprogramm begleitet die Handwerksschau. Ein besonderer Höhepunkt wird die große Jubiläumsgala am 1. Dezember mit einem festlichen erzgebirgischen Adventsprogramm. Die Übernachtungszahlen von Gästen im Erzgebirge sind rückläufig. In Anbetracht dessen hat sich der CDU-Bundestagsabgeordnete Alexander Kraus dafür ausgesprochen, für längere Aufenthalte im Erzgebirge zu werben. Wir müssen weiter daran arbeiten, dass die Gäste länger bei uns bleiben. Laut den jetzt vorgestellten Daten des Statistischen Bundesamtes bleiben Urlauber im Schnitt 2,9 Tage im Erzgebirge. In den ersten neun Monaten dieses Jahres sank die Zahl der Übernachtungen um 0,7 Prozent. Sachsenweit stieg die Zahl der Übernachtungen um 3,3 Prozent. Der Bandunion-Verein Carlsfeld geht auf große Reise und folgt damit einer Einladung aus Brasilien. Eine Gruppe von 24 Teilnehmern wird beim Festival Fiesta Pomerana vom 16. bis 22. Januar drei Auftritte haben und am 19. Januar in Pomerode am Umzug teilnehmen. Die Brasilianer haben den großen Wunsch, dass deutsche und speziell erzgebirgische Volksmusik gespielt wird. Grundschüler in Grottendorf und Scheibenberg bekamen am Dienstag Besuch von NVRM und mit Gas. Wie rund 2.000 andere Schülerinnen und Schüler aus 115 Klassen und 55 Schulen in Sachsen hatten sie bei der Aktion Natur zum Anfassen des Unternehmens spannende Projekttage auf Naturhöfen verbracht. Ihre Erlebnisse zum Schwerpunkt Eine Biene klärt auf, wie kommt der Apfel an den Baum, verarbeiteten die Kinder in Bildern und Collagen und reichten sie bei Midgas und NVRM ein. Eine Jury wählte die zwölf eindrucksvollsten Werke aus über 600 Zusendungen aus und gestaltete den Natur zum Anfassen Kalender 2019. Die Klassen der Monatskinder, derer Werke es in den Kalender geschafft haben, erhielten nun die druckfrischen Kalender, Äpfel und die Sieger ein Naturbuch und einen Natur zum Anfassen Tonbeutel. Die Bilder von Anton Hartmann aus der Christian-Lehmann-Grundschule Scheibenberg und Gretchen Demmler aus der Grundschule Grottendorf haben es auf den Kalender geschafft. Die Welt ist aus den Fugen, das spricht sich so leicht und doch hängt ein großes Quantum Wahrheit darin. Dass es bei Shakespeare's Hamlet im Original heißt, die Zeit ist aus den Fugen, geschenkt, der meint es ähnlich. Und so hat ein Großteil der Sachsen gestern auch die Nachricht aufgenommen, dass Kopfnoten in Schulzeugnissen, also Betragen, Fleiß, Ordnung oder Mitarbeit, nicht mit der Verfassung übereinzubringen sind. Da staunt der Mensch, Kultusminister Christian Piwarz wundert sich. Aber Schüler und Elternvertreter jubeln. Letztere meinen, Kopfnoten könnten einer Vorverurteilung dienen. Außerdem seien sie höchst subjektiv und widerspiegeln den Schüler nur verzerrt. IHK und Ministerium sehen das anders. Sie sprechen vom Werteverfall, der mit den Kopfnoten zumindest etwas eingedämmt werden kann. Außerdem sei die Persönlichkeit heute viel wichtiger als Zensuren auf dem Papier. Ein Neuntklässler hatte vor Gericht geklagt, ein Zeugnis ohne Kopfnoten zu erhalten. Dem hatte das Verwaltungsgericht Dresden zugestimmt. Auch beim Anblick so manchen Getiers, damit sind wir beim nächsten Beitrag, kommt die Persönlichkeit des Einzelnen so richtig zum Tragen. Wer beim Anblick einer Spinne in den eigenen vier Wänden schon gleich mal an den Umzug denkt oder auch bei harmlosen Insekten schon Ekelblasen entwickelt, der hätte durchaus einmal die Welt der Riesenspinnen in Stolberg besuchen sollen. Da waren sie hinter Glas und vielleicht hätte es auch mal die Erkenntnis gegeben, die sind doch eigentlich ganz niedlich. Gerald Nützel zeigt es uns noch mal. Für Aufregung und Nervenkitzel sorgte kürzlich eine faszinierende Ausstellung im Begegnungszentrum Dürer in Stolberg. Unter dem Titel Welt der Riesenspinnen luden zwei junge Männer aus Helmstedt in Niedersachsen ein, in die Welt der Vogelspinnen einzutauchen. Vogelspinnen zu züchten und zu halten hat für deren Besitzer einen besonderen Reiz. Eigentlich die Vielfalt, die Größenart oder zum Beispiel das Verhalten aggressiv oder nicht so aggressiv oder die Farben von einem Vogelspinnen, das ist eigentlich das Interessante an den Spinnen. In der Ausstellung standen rund 30 Vogelspinnenarten mit den dazugehörigen Informationen. So konnten die Besucher mehr erfahren über das Verhalten der Tiere, ihre Lebensgewohnheiten und aus welchen Ländern die Tiere kommen. Die meisten Vogelspinnenarten kommen aus Südamerika. Dann haben wir welche aus China, Ostasien, Ostafrika und Indien. Eine Spinne hatte es den Besuchern besonders angetan. Sie durfte mehrfach herhalten, um mit ganz besonderen Vorurteilen aufzuräumen. Es ist die aus Mexiko stammende Rot-Knie-Vogelspinne mit dem wissenschaftlichen Namen Brachipelma Anita. Staunende Blicke erntete die Spinne vor allem von den jüngsten Ausstellungsbesuchern. Einige wollten dann sogar ein Erinnerungsfoto von dieser außergewöhnlichen Begegnung mit nach Hause nehmen. Noch immer sitzt die Angst vor Spinnen tief im Inneren des Menschen. Liegt es womöglich an den acht Beinen oder an der Art, sich fortzubewegen? Manche finden auch nur die seidigen Hinterlassenschaften, wie ein Netz oder Bodengespinst, abstoßend. Wer sich aber einmal näher mit der Welt der Spinnen befasst, kann in ihnen eine Spezies mit ganz besonderen Fähigkeiten entdecken. Spinnen waren aber nicht das Einzige, was die zwei Niedersachsen mit ins Erzgebirge gebracht haben. Auch die Vielfalt der gezeigten Insektenarten erregten das Interesse der Besucher. Das ist riesig. Aber die meisten Insekten, die wir zum Beispiel mitführen, sind die meisten Stabschrecken, Stabschreckenarten, Schreckenarten, Fangschrecken und Stabschrecken. Und dann zeigte uns Kevin noch eine Fangschrecke. Diese Tiere kennt man auch unter dem Namen Gottesanbeterin. Über die Haltungsbedingungen von Fangschrecken erfuhren wir dies. Die Haltungsbedingungen, Luftfeuchtigkeit sollte immer so zwischen 70-80% sein. Und die Temperatur müsste so zwischen 25 und 28 Grad liegen. Das wäre eigentlich perfekt. Futter sollte man alle zwei Tage einschmeißen. Dann lernten wir noch die australische Gespenstschrecke und die malaysische Stabschrecke kennen. Diese gab es in den unterschiedlichsten Entwicklungsstadien zu bestaunen. Im Freigang zeigten sie auch ihre springende Art, sich fortzubewegen. Viel Wissenswertes konnten die Besucher von dieser Ausstellung mit nach Hause nehmen. Wir wollten von den Spinnenexperten noch wissen, welche Tiere Kinder in der Ausstellung bevorzugen. Kinder mögen eigentlich die Insekten am liebsten. Spinnen eher nicht, sind eher schreckhaft. Aber meistens trauen sich auch die eher den kleineren Mädchen. Also die fangen dann immer an mit den Spinnen und dann wollen die Jungs dann immer natürlich auch. Dann wollen sie duellieren, wer mehr Mut hat. Aber die Insekten ist immer hauptsächlich das Erste, was die Kinder mal anfassen. Wer nach dieser Schau mit dem Gedanke spielt, sich ein Terrarium zuzulegen, sollte sich zuvor aber genau informieren und überlegen, über welche Tiere man die Verantwortung übernehmen möchte. Auch Spinnen und Insekten stellen gewisse Anforderungen an ihren Lebensraum und haben einige Vorlieben, genau wie wir Menschen. Die Rubrik Veranstaltungen und Freizeittipps Der Adventsjugendgottesdienst in der Bergkirche Annaberg steht am Freitag unter der Überschrift Verschenkt. Ausgestaltet wird er von einer Projektband mit jungen Musikern aus der Region. Jugendmitarbeiter Matthias Richter übernimmt die Verkündigung zum Thema Verschenkt, um auf die Advents- und Weihnachtszeit einzustimmen, in der man anderen eine Freude machen kann, indem man etwas an andere verschenkt. Während der Veranstaltung wird das Sächsische Jugenddankopfer 2018 eingesammelt. Der Projektinitiator für den diesjährigen Sonderzweck, Riko Bernecker, wird das Projekt Wohnheim für Grundschulkinder in Uganda im Gottesdienst vorstellen. Beginn des Adventsjugendgottesdienstes der Evangelischen Jugend im Kirchenbezirk Annaberg ist 19.30 Uhr. Beck gehört zu den bekanntesten Karikaturisten in Deutschland. Regelmäßig erscheinen Cartoons des Leipzigers in Magazinen und Zeitschriften. Noch bis zum 9. Dezember präsentiert das Heinrich-Hartmann-Haus in Oelsnitz-Erzgebirge mehr als 100 seiner Cartoons aus der letzten Zeit. Am 1. Dezember ist Beck von 14 bis 17 Uhr zur Signierstunde in der Galerie zu Gast. Nachdem bei der Bresnitz-Talbahn die Fahrpause im November zur Vorbereitung der Technik auf den bevorstehenden Einsatz in den Wintermonaten genutzt wurde, wird jetzt wieder Dampf gemacht. Die Vereinsmitglieder der Interessengemeinschaft Bresnitz-Talbahn laden zu den Fahrten am 1., 2. und 3. Adventswochenende ein. Am 1. Adventswochenende, den 1. und 2. Dezember, fahren die Dampfzüge der Presnitz-Talbahn im Zwei-Stunden-Takt auf der Museumsbahn. Am 15. Dezember findet in Schwarzenberg nicht nur die traditionelle Bergparade statt, auch der Verein Sächsischer Eisenbahnfreunde schickt seinen Museumszug auf die Reise durch das weihnachtliche Erzgebirge nach Schlettau und wieder zurück. Am Mittag bringt die Dampflok den Sonderzug von Schwarzenberg über den Markersbacher Viadukt in den heimlichen Hauptbahnhof der Erzgebirgsbahn nach Schlettau. Am Abend startet der Zug zu einer weiteren Fahrt nach Schlettau. Weitere Informationen auf der Homepage des Vereins Sächsischer Eisenbahnfreunde unter www.vse-eisenbahnmuseum-schwarzenberg.de Und zum guten Schluss betont das Landeskriminalamt für die Weihnachtsmärkte in Sachsen bestehe derzeit keine konkrete Terrorgefahr. Die Diskussion war aufgekommen, nachdem es Hinweise auf mögliche Anschläge gegen die Weihnachtsmärkte von Leipzig und Chemnitz gegeben hatte. In dieser Sache ermittelt gerade die Generalstaatsanwaltschaft. Zwei Beschuldigte säßen in Untersuchungshaft. Zwar hätten Weihnachtsmärkte wegen ihrer zentralen Lage und offenen Zugängen, sowie der Besucher eine Menge besondere Relevanz. Es bestehe aber keine Veranlassung, darauf zu verzichten und die Märkte nicht zu besuchen. Das gilt auch für die großen und kleinen Weihnachtsmärkte im Erzgebirge. Damit ist der Mittwoch abgeschlossen. Das war erzt.tv kompakt. Noch mehr von uns im Internet auf erzt.tv.de und bei Facebook. Und morgen sehen wir uns wieder, wenn Sie wollen. Bis dahin, schönen Abend und Glück auf! Die Temperaturen klettern ab Donnerstag stetig weiter über den Gefrierpunkt. In Annerberg-Buchholz erwarten wir zwei, in Aue und Schwarzenberg schon 5 Grad plus. Dazu ist es sonnig, nur ein paar harmlose Wolken können mal vorüberziehen. Anders am Freitag, da kann es etwas regnen und es bleibt bedeckt im Sendegebiet. Am Wochenende mild, erst wolkig, dann regnerisch. Am Wochenende mild, erst wolkig, dann regnerisch. Untertitelung des ZDF, 2020